hallo und herzlich willkommen bei rettok gamble ich bin natürlich auf dir nach ein ticket und heute habe ich das spiel war robots viel spaß und da sind wir auch schon wegxen erst mal das hier wegxen bisschen leichter machen ok die ganze werbung hier b u u u u u u Belohnung ab. Okay, da sind wir. Meine 4 Robots, meinen Titan, den kann ich noch nicht freischalten, 5.000, das dauert noch ein bisschen. Ich werde hier gleich zwei Spiele machen, zwei Rundspiele. Und das war's noch schon. Oder auch drei, mal schauen, zwei oder drei. Je nachdem, wie lange die dauern. Gut, da haben wir die ganzen roten Punkte auch schon weg. Das ist das hier. Ah, Schupol. Na, hier wär nice. Ich glaube, ich werde das nachher nochmal spielen und die ganze Zeit die Videos anschauen, damit ich alles kriege. Ich hab mal nicht meine neue Tastatur angeschlossen. Hm, so ein Mist. Ich hab mir eine Silent Tastatur bestellt für solche Spiele, wo ich mit Tastatur spielen muss. Bei meinen ist es nicht laut. Naja, egal. Letztes Mal noch die ganzen Queste. Lol. Lol. Naja, aber noch was. Obwohl, die eine ist ja gut hier. War bei denen hier Maschinen drin oder beim anderen? Was ist ja gut? Ja, ja. Ah, da war es beim anderen. Einer war es beim anderen. Bei denen, ne. Ah, Web 1000. Den will ich ja. auch nicht gibt es keine maschine damals war noch maschinen robots jetzt nur noch die leute na egal dann noch mal hier reingucken die 6 dann sage ich mal der kampf geht los nutzen wir alles einmal und es kann losgehen zum kampf tippt 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 es ist es ist Oh Gott, das ist... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Let's go! I know Oh, what did I do? Hmm... Eww... 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 Na ja. Im nächsten Kampf werde ich bestimmt besser sein. Oh, ich bin nur weg. So, das war Kampfmauer. Dann gehe ich gleich zum zweiten Kampf rüber, solange meine ganzen Buffs noch laufen. Weil die laufen ja immer nur eine halbe Stunde. Ich nehme Natascha. Natascha. Und diesmal musste ich die Dingens einsammeln. Ja. Ich habe Fernkampfen. Oh, komm mal nicht zurück. Ja. 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 okay das weiß ich mit ich mache vielleicht auch drei ach ja die nächste runde weil die karte der ort vier minuten fünf minuten ich bin wieder ein anfang geht in der tasche und großen schiff und 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 Vielen Dank, Herr Faust. Warte. Warte. Wisst ihr, umso näher der kommt, umso die Blücher mache ich. Die beiden, oder? Der hat Nahkampf Waffen. Das runde Ding hier oben drauf auf dem Kopf, das ist richtig gut in der Nähe. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, ich hab wieder gepusht Yeah, ich denke, das können wir auch wieder C war die Mitte, soweit ich weiß Das ist ein Tutan Den hab ich doch keine Sans Was? Mach den Titel Also ist hier nur noch zwei Leute da Denke ich Gut Dann will ich mal sagen, das war's Für heute Vielleicht die Dailies machen Das würde zu lange dauern Obwohl ein paar Dailies Müsste ich jetzt schon fertig haben Einmal was Einmal eine Runde gewinnen Dann drei Runden gewinnen Dann war's diese Punkte einnehmen Die ich gerade gemacht hab So und so viel Schaden immer machen Mal schauen Drei Stück hab ich schon fertig Ok 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 War aber keine Dailie dabei Nur Bonusquests fertig gemacht Egal, egal Dann will ich mal das Spiel beenden Und mir mein Digit holen Und ich sage dann schon mal Dankeschön fürs Zuschauen Ich würde mich freuen, wenn euch dabei seid Und das wünschen für euch viel Spaß Und auf Wiedersehen Tschüss